nein naja viel Leben haben wir noch Die ist für den Humanova, ich stirb! Ein Boom-Tai! Ja! Ja komm schon, komm schon, komm schon, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir! Yeah! Fing! Soll das ein Bit sein? Das ist ja leichtes Level! Und dann so in 5 Minuten... Ja so, jetzt wird's echt leicht! Aiaiaia, das war der Haken, da waren so versteckte Teile, Cluster! Oh man! Nein! Aiaia, das ist immerhin nicht, nicht nerv... Fick! Gut, damit kommen wir voran! Nein, nein, ich will keine versteckten Teile! Bleibt's! Bleibt's da weg! Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht... Nein! Nein! Ich will doch nur die hier weg haben! Gut! Ja gut! Jaaa! Hehehehe! 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 He... Yeah! Bricks! Das sind diese... Ja genau, diese Dinge hier! Level 26 schon! Oh man, wir kommen ganz gut voran! Und jetzt macht's auch plötzlich Spaß! Wenn ich das letzte Level seee! Hehehehe! 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 Hehehe! Abstauben! Weiiin! Hehehehe! 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 Scheiße! Das war ja jetzt ein Doppelfail! Verdammter Doppelfail! 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 Yeah! Nein! Ja, das Teil könnten wir uns nicht mehr holen können, sonst wären wir Game Over. Ne, Game Over nicht, die haben noch vier Leben. Das kann wieder lang dauern. Komm schon, diese eine. Ja. Magnete. Gut. Ich glaube, ich mache es bis Level 30 und mache ich mal Aufnahmepause. Da haben wir schon mehr als die Hälfte fertig. Ja, eine haben wir schon verloren, weil die anderen Kontenten nicht mehr einsam können. Dann müssen wir zuck, zuck, wir machen. Habe ich euch ja vorhin erklärt, da wo wir Game Over gegangen sind, dadurch. Ja gut, der Ball da oben rechts, der Sand, ziemlich viel ab ist gerade. Dieses Teil will ich weg haben. Dieses hier. Und dieses hier. Die zwei. Sind das übel. Oder wenigstens ein Schießteil. Damit wäre ich auch zufrieden. Schießteil. Oh, knapp an der Kante vorbei. Ja, jetzt haben wir hier ein größeres Pad. Jetzt haben wir größere Chancen. Ja gut, dann tun wir dabei die hier weg. Genau. Nein! Wieder versteckte Missgeburtenteile. Sorry für den Ausdruck, aber... Ich musste jetzt mal den Ausdruck rauslassen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Missgeburt ist, schaut in der Bibel nach. Da steht's drin. So. Oh Gott! Jetzt nervt's mich langsam wieder. Gleich kommt Yankakakimoto und springt wieder für mich ein. Hehehe. Und zwar Winkelverzwirbeln. Und nochmal Winkel. Da. Oh Mann! Nein! Hurra! Ich hab Spaß! Genau, immer genauso. Oh Mann! Jetzt wechseln wir mal die Seiten langsam. Seiten wechseln! Äh, pfff. Ja, ist schön. Äh! Ja! Gut, jetzt mal wieder so. Nein! 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 Und jetzt nochmal auf Japan. Noo! Ich- 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 Keine Ahnung. Ich guck in Japan. Hey, das hat grad zu fett geleckt. Gerade habt ihr's gesehen? Ja! Naja, vier haben wir noch. Das müssen wir schon schaffen. Ja, ich muss vermeiden, dass ihr die Maus sieht. Die Maus ist der Todesfreund. Ihr dürft sie nicht sehen. Naja, jetzt seht's ja wahrscheinlich gerade, ne? Weil das da unten wird ja angezeigt. Das Levelquid und Bricksleft nur noch zwei. Na, zwei, diese hier. Einen schießt da und dann hätten wir das Problem hinter uns. Dann würden wir uns viel Zeit spannen. Ja, ja. Warum könnte man sich nicht mit den Punkten irgendwie... Es kommt ja wie gerufen. Warum könnte man sich nicht mit den Punkten so Teile kaufen, so im Shop oder so, kleine Dinger da nebenzu? Man macht eine Pause, geht dann irgendwo in ein Menü rein und dann kann man sich so Teile kaufen. Na ja, mit den Punkten, dann würden die Punkte was bringen. Aber egal, das nächste ist floppy. Oh! Ja! Ich muss kotzen. Hat jemand einen Kotzkübel? Na ja, das Teil hätte ich noch da bleiben können. Oh ja. Ah! Komm, ich soll das Petz! Für die Menschheit! 4.000 Punkte! Oh, gerade habe ich das noch aufkalken können. Ich bin Schie-Style! Ich bin Schie-Style! Nein! Weg da! So! Ich bin ein Schie-Style! Ah! Die gehen eigentlich ganz gut weg! Hey, nicht erwartet! He-Juh-T GC- Hinten! Naja, den kriegt man nicht weg. Da müssen wir unten... Jawoll! Leben! Na komm wenigstens an der Kante hätte abprallen können Wie soll man da hinkommen? Ich glaube jetzt mach ich mal so Und dann so Und dann so Jetzt aber, jetzt müsste was weggehen Geh weg Oh man Jetzt aber Ja Immerhin eins Es sind nur noch drei Jetzt muss ich den Winkel so anpassen, dass Äh, dass Äh, ja Ja, komm ganz gut voran Wir kommen ganz gut voran Noch eins geht weg Oh ne immer noch net Ich glaube ich muss Yankakakimoto mal herholen Ah, gut, wenn ich noch einen Pad verliere, dann hole ich Yankakakimoto her Cheers, man Okay Was ist das? Der Feuerball, der bringt uns nix Gut, noch diese eine Missgeburtenteile Ah, Powerball Naja, immerhin Bringt aber nix, weil Es geht nur durch normale, äh, Blöcke durch Ah Ah Hurra Ah Nein So haarscharf Jetzt aber Ich wusste, dass es am Schluss so nervig sein wird Bei einem Mini-Teil Nein 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 Jetzt muss ich wieder wechseln Kacke Jetzt Ja, ja, ja Oh Ich will hier jetzt nicht verlieren Ich will hier jetzt nicht verlieren Jeder verliert nicht gerne Ganz besonders nicht, wenn es nur noch ein verfickter Block ist Wir haben 111.000, ne Quatsch, 110.000 Punkte Oh, Mann, das ist schwierig Welche Zahl könnt ihr eigentlich zählen? Also, die höchste Zahl, die ich, also die höchste Zahl, die ihr kennt, meine ich nach und endlich Also, bei mir ist es die, äh Dezillion, die hat, glaube ich, 60 Nullen oder so Äh, ja Ob es noch weitere gibt, weiß ich nicht Ich schätze mal schon, dass es weiter in die Äh In die tiefgründigen lateinischen Wörter geht's Aber ich frage mich, wofür man so hohe Zahlen braucht Ich meine, Millionen, Milliarde ist klar Aber Billionen, Trillionen Das ist ein bisschen langsam übertrieben Naja Trilliarde geht, äh Bis Trilliarde, okay Ich sag mal, bis Trilliarde geht eigentlich Trilliarde für die Galaxienberechnung und sowas Oder Für, 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 ähm Wie sagt man, äh Brokkoli, okay Äh Das ist ein bisschen Das war's für heute.